effiziente sicherheitsberatung ist aus meiner sicht ein absolutes muss lassen wir uns das einmal auf der zunge zergehen der kunde kommt zu uns und bespricht mit uns sein sicherheitsbedürfnis das heißt wir empfangen vollstes vertrauen in diesem moment und dieses vertrauen sollten wir auf jeden fall auch gut verpackt schützend bewerten und dann ein sicherheitskonzept anbieten das genau nach seinen wünschen dann auch hergestellt wird und dann auch später hergerichtet wird und man sollte dann an der stelle auch genauso ehrlich sein wenn man eben keine vernünftige oder nicht die beste lösung für den kunden anbieten kann um eben dieses vertrauen auch weiterhin zu wahr